... und wurde neu erbaut im Jahre 1333. Tarek hat Gibraltar auf seinen ursprünglichen Namen gegeben, Gibraltarik, was Tareks Berg bedeutet. Über die Jahre dann aber Gibraltar geworden ist. Die maurische Besetzung Gibraltars dauerte über 700 Jahre, von 711 bis 1462. Danach haben die Spanier übernommen. Von 1462 bis 1704...